Wir zeigen Ihnen heute aber mal wieder ein paar Filme übers Internet. Das letzte Kleid der Marlene Dietrich, Berlin unter den Alliierten und für die ganze Familie der Blaue Tiger. Aber viel lieber würden wir Sie natürlich persönlich im EVA begrüßen. Bis es aber soweit ist, müssen wir uns digital, virtuell und in Gedanken in Betrieb halten. Diese Filme, die wir Ihnen auf der Webseite vorschlagen, sind alle frei zugänglich auf YouTube. Sie können sie also kostenlos anschauen. Aber falls Sie uns unterstützen mögen, würden wir uns freuen, wenn Sie virtuelle Eintrittskarten kaufen würden. Das heißt, wenn Sie uns Spenden in der Höhe von Eintrittskarten zukommen lassen würden. 9 Euro ist unser Normalpreis, 7 Euro ermäßigt und 5 Euro für die Kinderkarte. Die Kontonummer finden Sie hier auf unserer Webseite. Das EVA bedankt sich herzlichst für Ihre Spende und Ihre Treue. Auch über den Kauf von Gutscheinen wären wir übrigens sehr glücklich. Auch hier über die Webseite möglich. Besonders hinweisen möchten wir Sie noch auch jetzt schon auf einen ganz besonderen Filmstart. German and Jewish – Eine neue Perspektive. Ab 14. Mai können Sie diese Dokumentation für uns streamen. W-Film bringt diesen Film sozusagen über die Webseiten und über den Stream ins Kino. Auch in unser EVA-Kino. Genaues entnehmen Sie hierzu auch auf unserer Webseite. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, Ihnen schöne Filmerlebnisse und bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und andere. Ihre Filmvorführerin aus den EVA-Lichtspielen Vielen Dank für's Zuschauen.